Es folgt eine Szene aus dem dritten Akt des Theaterstücks, die, wie das Foto erahnen lässt, womöglich Einzug in den Film gefunden hat. Die Lage im Erziehungsheim spitzt sich zu. Die Jungen haben ihre Wortführer gewählt und treten mit ihren Beschwerden vor den Direktor. Guten Tag, Herr Direktor. Wollen die Herren zu Gericht sitzen über uns Jungs? Oder drehen wir den Spieß mal um? Nimm deine Mütze ab. Na schön, Herr Direktor. Das kann ich ja machen. Da haben Sie also doch noch heute Zeit für die Sprechstunde gefunden. Was hast du mir denn so dringend zu sagen, mein Junge? Das mit der Sprechstunde ist auch so ein Punkt. Der Herr Direktor ist nicht da. Der Herr Direktor ist eben im Auto fortgefahren. Oder Sprechstunde nächsten Freitag. Vielleicht. Rede gefälligst in einem Ton, der sich für dich gehört. Was wollt ihr anderen? Ich denke, ihr habt euren Ausschuss gewählt. Den lasse ich sprechen. Niemand anders. Da könnte ja jeder kommen. Wir lassen die beiden nicht allein. Sonst verhaut ihr sie uns noch. Solange ich dabei bin, wird niemandem etwas geschehen. Dann müsst ihr auch schon früher aufstehen. Was soll das heißen, Junge? Einer für alle und alle für einen. Es hat überhaupt keinen Zweck, dass sie versuchen, uns von unseren Kameraden zu trennen. Wir lassen uns nicht bange machen und auch nicht bestechen. Was soll geschehen? Wollt ihr euch vielleicht mit mir prügeln? Warum hast du dort eine Axt in der Hand? Du da Steine. Wenn ihr mich hängen wollt, da habt ihr meinen Hals. Das ist kein Kunststück, wo der Vater und der Erzieher dabei sind. Soll ich euch sagen, warum ihr jetzt nicht wagt, die Hand zu heben? Seht mir nur ins Gesicht. Das macht euer schlechtes Gewissen. Wir haben kein Gewissen, solange die Anstalt keins hat. Tun wir nicht, was wir können? Das billet ihr euch ein. Aber ihr lasst die Jungs verkommen und verderben und nachher staunt ihr Bauklötzer. Jawohl, so ist es. Was stellt ihr euch vor, was jetzt mit euch wird? Das ist uns scheißegal. Sehr hübsch. Wer von euch Klagen vorzubringen hat, der soll es gleich dem Herrn Direktor sagen. Besser gleich in die Gefängnisrin. Da weiß man wenigstens, woran man ist. Hier wird man doch bloß angelogen. Wann komme ich raus? In einem halben Jahr. Ich warte treu und redlich. Ist gemacht. Aber wenn eine Zeit da ist, redet ihr, es müssen erst Erkundigungen eingezogen werden. Das dauert nochmal vier Wochen. Und dann heißt das, es ist immer noch nicht so weit. Oder es hat noch nicht geklappt. Häusliche Schwierigkeiten. Frag doch im Frühjahr wieder nach. Und wenn so ein Junge ausreißt, weil kein Urlaub ist, da heißt das gleich, ja puste mit Entlassung. Du kommst erst recht nicht raus, wenn du dir den auf den Kopf stellst. Mir haben sie schon ein halbes Jahr lang eine Lehrstelle versprochen. Und ich habe sie gebeten, dass sie an mir denken. Aber sie sind auch bloß ein Hampelmann in meinen Augen, der jedem alles verspricht und nix hält. Wenn eure Erziehung noch nicht abgeschlossen ist. Bei euch heißt Erziehung dauernd auf dem Misthaufen arbeiten. Warum haben wir so wenig Schule? Nicht einmal richtig Briefe schreiben können die meisten. Und mit was für einer Klaue. Oder lesen. Oder rechnen. Aber zwei Stunden Unterricht sind in der Woche angesetzt. Und da kommt ein Lehrer und lässt einen Jungen vorlesen. Den Jungen, der es am besten kann. Was aber lässt er uns verzapfen? Aus reaktionären und militaristischen Romanen lässt er den müden Jungen vorlesen, damit sie sich ärgern. Da hören Sie doch schon lieber gar nicht hin. Ich, ich will nachprüfen. Tun Sie das! Dann sehen Sie sich zuerst unsere Anzüge an. Da gehen einem ja die Augen über. Strümpfe haben wir schon lange nicht gesehen. Und auf die nackten Zehen schmeißt uns der Erzieher den Spaten. Mit der Schneide, wo er geschliffen ist. Und dann das Essen. Ein Fraß, den man wohl einem Tiere geben kann, aber nicht einem jungen Menschen, der im Wachstum ist und den ganzen Tag schwere Arbeit macht. So schwer, dass er am Abend zufrieden ist, wenn er sich langlegen kann. Und dann kann er mit einem Mal nicht schlafen. Und warum? Weil er überanstrengend ist. Aber dann geht ja der ganze Tanz erst richtig los in dieser christlichen Anstalt, in der jeder jeden Bestenk hat. Wo die Erzieher untereinander hetzen und die Jungen aufeinander hetzen. Und der Herr Direktor ist der liebe Gott in weiter Ferne. Ich bin hierher gekommen. Ihr Kommen nützt uns gar nichts, Herr Direktor. Denn sie stecken ja doch mit den Herren unter derselben Decke. So will ich nach Berlin fahren und mich mit den Behörden beraten. Was ihr Beraten nennt. Da quetschen sich die vollgefressenen Bäuche in die Sessel und hören sich reden und sind der Meinung, dass es wichtig ist, was sie miteinander verhandeln. Aber dass es lebendige Menschen sind, um die es geht und dass ihr Schicksal auf dem Spiele steht, das kümmert die Herren einen Dreck. Denn sie sagen, sie sind kein Wohltätigkeitsverein, sondern eine Behörde. Aber von wem die Herren bezahlt werden, haben sie ganz vergessen. Kommen Sie, Herr Direktor. Es hat keinen Sinn. Jetzt läuft er fort. Alle von euch in einen Sack gestopft, oben zugebunden und in den See mit euch. Dann werdet ihr den Jungs nichts mehr anhaben können. Genau. Das hast du gut gemacht. Lass nur mal erst die Herren aus Berlin hier sein. Mehr haben wir vorläufig nicht zu sagen. Jetzt geht ihr alle. Marsch, marsch in den Saal. Und bleibt drin. Wir gehen raus, wenn es uns gefällt. Kommt, Kameraden, wir gehen an die frische Luft. Die folgende Szene befindet sich am Ende des Theaterstücks. Der Konflikt ist eskaliert. Die Jungen üben Aufstand und verwüsten das Heim. Die Bilder zeigen, wie das Finale im Film umgesetzt wurde. Solange nicht die ganze Arbeiterschaft geschlossen aufsteht, werden sie alle ins Gefängnis schmeißen, die sich das Maul verbrennen für die Freiheit. Aber wir brauchen uns jetzt nicht zu fürchten vor dem Gefängnis. Wir wechseln ja doch bloß die Wohnung. Aber vorher müssen wir noch dafür sorgen, dass alle Zeitungen von uns schreiben, damit die Leute wissen, dass wir noch da sind. Die Akten raus! Und jetzt Feuer mit dem Dreck! Das Gefängnis ist uns sicher. Dann wollen wir uns unsere Strafe auch richtig verdienen. Räumen wir gründlich auf! Genau! Karl, ich hab deine Papiere. Gib sie her! Aufgepasst, Jungens! Stecken wir erstmal diesen ganzen Laden samt Schlafsaal und Hausvaterwohnung, wie es sich gehört, in Brand. Halt! Brandstiftung ist gemein! Nein, Onkel. Das soll unsere Notwehr sein. Sonst kommen, wenn wir weg sind, andere Jungens her und das Elend fängt von vorne an. Genau! Ihr reitet euch ins Unglück. Man fördert die gerechte Sache nicht dadurch, dass man sich vor der Welt ins Unrecht setzt. Jungs, ihr geht dabei kaputt. Das kümmert uns den Dreck, weil das uns wird! Euer Recht ist in Gefahr! Haut ihm doch in die Fresse! Halt die Schnauze! Onkel denkt, wie er redet. In der Garage steht Benzin. Das soll jemand holen. Wo ist denn der Kurt hin? Alles verlammt. Alles verlammt! Dort läuft er! Holt ihn und vergesst den Erzieher nicht. Von dem braucht nichts übrig zu bleiben. Man kann sich den Mund vorserlich reden. Jung, ihr seid verteufelt mitleidlos. Mitleid? Wer hat denn mit uns Mitleid? Jungen, jetzt sind wir drin. Und wer jetzt noch im Guten möchte, jetzt ist's ocke. Benzin her! Die Akten. Gibt ein gutes Feuer. Das andere in den Schlafsaal auf die Fetten. Jungs, wir zünden Ihnen jetzt ein Feuer an. Und wenn Sie uns mit Haut und Haar in diesem Scheiterhaufen umkommen lassen, die Polizei wird gleich hier sein. Dalli, in die Scheune! Schmeißt dem Vater Stroh in die Stuben. Schmeißt die Petroleumlampen um. Alles muss gleichzeitig hochgehen. Wir machen gründliche Arbeit. Schnell raus! Ich steck hier an.